Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Kreistag Elbe Elster junge Talente geehrt, die erfolgreich an Schülerwettbewerben auf unterschiedlichen Ebenen und Gebieten teilgenommen haben. Die Ausgezeichneten erhielten Urkunden und Tageskarten für das Freizeitunterlebnis Bad Warnhammer und Bad Liebenwerder, welche von Landrat Christian Heinrich Haschinski und dem Kreistagsvorsitzenden Thomas Lehmann überreicht wurden. 20 Schülerinnen und Schüler des Sängerstadtgymnasiums in Finsterwalde, des Elsterschlossgymnasiums in Elsterwerder und des Melanchthongymnasiums in Herzberg waren mit Lehrern und Eltern zur Kreistagssitzung ins Haus des Gastes nach Falkenberg gekommen. Landrat Christian Heinrich Haschinski dankte allen Lehrkräften, die die Arbeit der Schüler positiv ermutigend begleiten. Vieles hänge aber auch davon ab, ob die Lehrer den richtigen Tontreffen, den richtigen Zeitpunkt und auch die richtige Anregung, damit die Kreativität der Schüler geweckt werden kann. Das Spektrum der Aufgaben und Herausforderungen reichte von Übersetzungen und eigenen Filmeiträgen in englischer Sprache über den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden bis hin zu sozialer Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Demokratieverständnis als Klassensprecher. Der Kreistag setzte mit der Ehrung eine Tradition fort, die schon seit vielen Jahren als Anerkennung und Dankeschön für engagierte Schüler und Lehrer des Landkreises im Beisein der Kreistagsabgeordneten vorgenommen wird.